Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgreich. Es bleiben im Raum, Keitel, Jodl, Krebs. und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer schickt Sie? Das hier wagen, Sie meinen Befehl zu widersetzen! Oh, meint euch das einfach genau? Der Militär hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die US-S! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haus und niederprestiger Treue unserer Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrüchen... Die Stadt Feiglinge! Verreißer und Verzager! Mein Führer, Was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist der Geschmacks des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennt sich Generare, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lachen, wie man Messer Glambe hält! Jahrelang hat das Militärme der Aktion nur behindert! Es hat mich jeden nur als Wegpicken... Widerstand! Ich habe ihn weggelegt! Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle hoeren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich wollte hier von der Akademie... Und doch habe ich allein... allein auf mich gestellt... ganz verraubbar erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es war ein ungeheuer Verrat geübt, der ganze Volk. Tun Sie, was Sie wollen.